Jeder erinnert sich sicherlich an seinen ersten Kuss. Das ist auch so ein Moment, wo man etwas das allererste Mal erlebt und ähnlich ging es mir, als ich das Fahrzeug gesehen habe, auch eine gewisse Spannung, eine Neugier und letztendlich, ich glaube, das ist etwas ganz Tolles, das da entsteht. Mit dem 5er GT, dem Gran Turismo, wollen wir etwas Einzigartiges, Neuartiges auf den Markt bringen, das es so einfach überhaupt noch nicht gibt. Mit dem Begriff Gran Turismo wollen wir diese Ursprungsidee vom stilvollen Reisen mit dem Fahrzeug völlig neu interpretieren. Die ersten Ideen zu so einem Konzept sind im Jahr 2003 entstanden. Da war noch viel Möglichkeit, was das werden kann. Erst über die Jahre ist das entstanden, dass es ein echter BMW wird mit dieser überraschten Funktionalität. Wir haben uns wirklich Gedanken gemacht, wie lebende Menschen in der modernen, stilvoll orientierten, lifestyle-orientierten Welt. Aus den ersten Ideen entstehen Skizzen, aus den Skizzen entstehen sogenannte Packagepläne, wo also jedes Bauteil mal an Position gebracht wird. Parallel dazu startet dann schon ein Designprozess, wo auch verschiedene Designs im Wettbewerb stehen. Man führt das dann wieder zusammen, hat natürlich jede Menge Überschneidungen und Konflikte und da beginnt dann die Ingenieursarbeit wirklich im Detail. Und meine Rolle in dem Prozess als Projektleiter ist, da die Fäden in der Hand zu behalten, die Übersicht zu behalten, sag ich mal ein bisschen wie ein Dirigent im Orchester dafür zu sorgen, dass am Ende die Orchesterleistung stürmt. Das heißt, dass ein stimmiges Fahrzeug entsteht, wie wir es uns eigentlich immer gewünscht haben. Das Auto ist natürlich sehr attraktiv, was das Äußerliche angeht, aber wir haben den wirklich von Inside-Out entwickelt. Das heißt also, seine wahre Stärke ist der Innenraum. Das Auto lebt von innen nach außen. Das Besondere an dem Fahrzeug ist die Sitzposition für alle Passagiere. Das ist ein unheimlich schöner Raumeindruck. Es ist je nach Bedürfnis eine Komfortlimousine mit Beinfreiheit wie ein Siemer, Kopffreiheit wie ein X5 und Belademöglichkeiten wie ein Touring. Diese Work-Life-Balance, dass einer das Fahrzeug beruflich nutzen kann, dass er es privat nutzen kann mit der Familie. Er hat tagsüber Geschäftsessen, kann abends mit dem Fahrzeug wunderbar ins Theater fahren und am Wochenende in Toskana. Und dann kann er sogar noch Wein mitnehmen, weil er jede Menge Belademöglichkeiten hat. Und das ist etwas Neuartiges. So ein Konzept gibt es derzeit noch nicht. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.